Hallo und es kommt zu einer weiteren Folge Deppadellagend, das ihr angeschaut habt. So. Geht schon los. Ist ja perfekt. Gut, aber wurde viel verändert seit dem Update. Verliessen. Oh mein Gott, geht das leicht. Hat man auch schon gemerkt, wo sie ins Lobby kam. Aber ich will ja nicht. Ich möchte ihr nichts vorwerfen. Kann ja sein, dass sie gewinnen. So, komm. Oh, die verfreit sich. Wie blöd ey. Ich glaube, ich bin nicht blöd. Das ist blöd auch. Da kann sich dann also kein Campen vorwerfen. Boah, aber den Generator machen die schnell. Ja, weil die halt nicht kommen, weil das keine Teammates sind. So habe ich das Gefühl irgendwie. Die sind auf dieser Seite jetzt. Sehr gut ist das. Mal die gehen nicht hier hin. Ja, ich habe es gesehen kommen. Ich habe es gesehen kommen, ja. Mann! Fuck! So, du kommst da vorne hin. Hier. So, du kommst da vorne hin. Ja, ich hab dich nicht gesehen. So, du kommst da vorne hin. So, du kommst da vorne hin. So, du kommst da vorne hin. Okay. Okay. Aha. Okay, alles klar. So. 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 Where are the blue button? So. 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 Jede Umgebung ist niemand, weil die umkreisen, den alt Automativ, weil er der letzte ist. Aber die Frage ist halt, wo ist er? Da müssen wir jetzt halt die Geier schauen. Generatoren plus Geier. Das ist genau gleich weit wie vorher. Der sucht jetzt die Rücke. Verständlich. Aber der ist doch nicht auf dieser Seite. Der ist das hier. Äh. Ja. Ne. Hm. Hm. Da geht's zur Rücke. Ich hab die Geier gehört, der kommt hier. Ich möchte eigentlich kämpfen. Ich hab schon lange nicht mehr so alle gehabt. Also dreihalb meistens schon durch viel. Hm. Mhm. 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 Ich hab das Gefühl, dass er hier ist. Aber man sitzt halt an den Vögeln nicht. Es gibt nicht. Es gibt nicht. Ich weiss jetzt eben nicht. Geht einfach mal weg von der Luke, weil... Ja. Jetzt geht also was gehört. Ja. Es sind die Luke. Okay. Ich wusste es aber... Ich wusste es aber... schon mal die. Ja. 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 Wiemann. Die wissen wo die Luke ist. Ja. So, abone auf, bis zum nächsten Mal. Tschüss.